Die Halloween-Nacht auf FURRY FM steht kurz bevor und wir haben etwas Besonderes für euch vorbereitet. Willkommen zu unserer Your Character Here Halloween-Aktion. Ihr habt die Chance, ein YCH-Bild von unseren FURRY FM-Künstlern zu ersteigern. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ihr ersteigern könnt. Seht selbst. Von Nezunei, Gore oder Candy, jeweils mit Startgebot von 20 Euro. Erdbeer-Joghurt bietet dieses Your Character Here mit dem passenden Namen Insane an. Startgebot ebenfalls 20 Euro. Von Mutabi, Joker, Hannibal und Purge. Nur für männliche Charaktere jeder Spezies. Sowie Poison Ivy, Harley Quinn und Catwoman. Nur für weibliche Charaktere jeder Spezies. Diese sind auch als Telegram-Sticker für den Höchstbietenden erhältlich. Die Auktion nennen wir am 27.10.2018 um 24 Uhr. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr noch während unserer Live-Show. Wir verlosen übrigens auch noch eine andere Kleinigkeit unter unseren Zuhörern an diesem Abend. Also schaltet ein und vergesst nicht zu bieten. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung.